Mein Name ist Ali Basch und ich komme gebürtig aus Aalen und in der Grünen Landtag-Fraktion bin ich zuständig für die Bereiche Lehrerbildung und interreligiösen Dialog. Ich bin 2002 das erste Mal zu den Grünen gekommen. Die Grünen sind für mich die einzige Partei, die soziale, ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen konsequent zusammendenkt. Über zweieinhalb Millionen Schülerinnen und Schüler besuchen unsere Schulen in Nordrhein-Westfalen. Sie alle sind so unterschiedlich wie du und ich. Und sie alle verdienen die am besten ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer. Und dafür setze ich mich ein. In meiner freien Zeit verreise ich sehr gerne, unter anderem auch in die Niederlande. Und mir dort halt eben ab und zu mal frische Eindrücke aus dem Bereich Kultur, Land und Leute zu holen und dann dementsprechend inspiriert wieder zurückzufahren und mit vollem Elan wieder an die Arbeit zu gehen. Komm, komm, wer immer du bist. Komm, auch wenn du tausendmal deine Versprechen gebrochen hast. Komm, komm, egal ob Jude, Christ oder Muslim, ob gläubig oder nicht. Komm. Komm, komm. Dieses bekannte Zitat stammt vom weltberühmten islamischen Dichter und Mystiker Rumi und steht für Weltoffenheit und Toleranz. Und genau das wünsche ich mir auch für NRW. Wie? Terрамs Dichter